Ja servus Freunde, hier ist der Mann der guten Laune, hier bin ich, hier ist euer Mann, der hoffentlich Laune verbreitet. So, und zwar möchte ich sagen, ihr habt es gesehen, vegetarisch essen und so weiter, also man kann es essen, aber dieses Video möchte ich auch noch mal drauf hindeuten, ein toller Freund, muss ich dazu sagen, den ich hier in Facebook kennengelernt habe, ja der ist gerade live und zwar, das muss ich jetzt zum ersten mal ablesen, er heißt in Facebook Ray Mel, also Freunde, ich zeige es euch mal, Moment, tja, ihr seht, wie immer bin ich total unvorbereitet jetzt auf diese Frontanaktion, ich schreibe es mal kurz auf, weil, Freunde, er hat gerade verkündet, er ist eingeladen zum Casting für das Supertalent und ich, wenn ich den so höre, er spielt übrigens Klavier, wenn ich den so höre, Freunde, dann ist das für mich das Supertalent. Also, Freunde, Ray Mel, er ist jetzt gerade live, so schreibt man ihn, er hat das Casting, Freunde, er hat das Casting und ich hoffe, dass er da weit kommt, weil mich hat er sehr berührt und ihr müsst euch mal reinziehen, er ist gerade live da, ansonsten, er ist übrigens in der Gruppe, muss ich sagen, Wohnzimmer und ist da live und ich schalte mal rein, dass er mal hört, mit wie viel Gefühl auch Männer spielen können. So, Achtung, weil das berührt mich sehr. Achtung, ich lasse mal im Hintergrund laufen, das ist übrigens er gerade live an der Cam und 44 Zuschauer schauen schon zu und erst sieben Minuten erst online und das ist sozusagen jetzt der live Mitschnitt und hört euch das mal wieder an. und deswegen macht er gute Laune, weil ich jetzt mal die Klappe zu und man kann bei dieser Musik entspannen, das ist einfach, hört man, Ray Mel. So, und an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz was loswerden. Ray Mel finde ich klasse und ich hoffe, ihr unterstützt ihn da auch, wenn es denn soweit ist. Aber da gibt es natürlich mehr, mehr Infos dann auch bei ihm oder von ihm. Also, wenn euch die Musik so gefällt, ja, ihr müsst den Spielen sehen, das ist einfach der Hammer, also, wie er das macht. Also, ihr hört es, er spricht dann auch, er liest dann eure Sachen auch vor, also, er ist wirklich top und das ist kein Fake und das ist auch kein Flop. Mein Damen hat er, ich würde mir wünschen für den Ray Mel, der Mann ist 24, das ist doch jung und ich bin voller Begeisterung. Ich würde mir wünschen, ihr schaut auch mal bei ihm vorbei, so ganz am Rande und nebenbei und wenn es dann soweit ist, dann drücken wir unseren neuen Supertalent die Daumen. So, und mit diesen Bildern klicke ich mich mal aus und sage, piep, 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 ich habe euch lieb, ich nehme euch wieder mit zum nächsten Hit. Und wahrscheinlich wird es wieder so ein Brüllerknüller mal wieder in die Essenskunst. Und ihr wisst ja, lasst euch verzaubern vom Gute-Laune-Boy. Ich kann es jetzt schon wieder riechen, was ich spontan zum Essen mache. Das wird, oh je, bestimmt wieder was Verrücktes. Na ja, bis dahin, piep, 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 ich habe euch. Lieb, ich so rum, he he, ciao, kuckuck, mhm, yeah, wuhu, hokus pokus und weg verschwindibus.